Naja, das wäre ja auch Quatsch, Junge. Aus dem Alter sind wir da raus. Das ist doch albern. Also wenn ich überlege, wie kindisch da mit 17, weiß ich noch, dann war man mit der im Bette. Und dann war das erledigt. Also unmöglich, wenn ich mir das heute überlege. Was für eine Nichtachtung einer Frau. Da geht es doch eigentlich erst richtig los, dass man sich kennenlernt. Ja, Siegfried, das habe ich leider auch gemacht, als ich jung war. Das war dann nicht mehr interessant. Wie blöd. Dann immer dieser Spruch von den Müttern der Freundin, die man hatte. Ja, wenn die Männer erst mal unter die Röcke gekiegt haben, dann ist das nicht mehr interessant. Was für ein Schwachsinn, ja. Ja, aber genau das habe ich so praktiziert. Die waren dann wirklich erledigt. Mein Gott, kann die Gitti mal die Fresse halten. Also.